Hallo zusammen, ich durfte die letzten Wochen die Recovery Hooks von PSR für euch ausprobieren und die bestellte ich euch doch jetzt mal vor. Das hier ist also die Recovery Hose von PSR. Hierbei ist die Therapiedauer und der Druck total individuell einstellbar. Sogar die Entlüftungs- und Belüftungszeit sind dabei einstellbar. Damit kannst du die Hose ganz auf deine persönlichen Trainingsumstände einstellen. Die Hose regeneriert nicht nur deine Beine, sondern auch Bereiche der Leiste, des Bauches und des unteren Rückens. Während der Saison habe ich die Hose eigentlich täglich benutzt, sei es nach dem Frühtraining oder am Abend. Je nachdem wie anstrengend das Spiel oder das Training war, habe ich die Hose zwischen 30 Minuten und 60 Minuten angehabt. Diese 12 Kammern werden nacheinander aufgepustet, wodurch Flüssigkeiten aus deinem Bein abtransportiert werden. Dank der dazugehörigen Tragetasche und des Akkus konnte ich die Hose sogar schon auf eine Auswärtsfahrt mitbringen. Mein Fazit, beim langen Training, im harten Spiel oder einfach wenn ich die Beine total schlapp anführe, ist die Recovery Hose von PSR eine gute Möglichkeit, um deine Beine für dich wieder in Topform zu bringen.